So, da sind wir wieder. Ich muss einmal ganz kurz spontan eine kleine Pause einlegen. Aber jetzt geht's weiter. Ja, genau. Oh, eine Flasche. Sehr schön. Okay. Ups. Oh, nee. Was hat denn der für eine Angriff? Ah! Geil, Alter, wie soll man da herkommen? Ich glaube, ich bin fast. Äh, oh ja, super. Von Regen in die Traufe. Bam! Catch! Oh, nein. Öh, ihr seid in sich hier verschwindet. Schlecht, schlecht, schlecht. Ah, jetzt muss ich mal wieder weg. Nein, geh weg. Du steigst. Ich mag dich nicht. Jawohl, Alter. Dankeschön, du voll Idiot. Huch, das hat ja geklappt mit dem Versich. Ich hab mal, ich hab gerade eben kurz die Pause genutzt. Ah! Nein, jetzt hat er uns gekillt, während wir... Ah! Scheiße! Ich hab mal eben gerade kurz wieder, äh, während der Aufnahmeunterbrechung kurz an Physix rumgedreht. Wir sollten das jetzt nicht mehr haben mit dem Rauch. Äh, dafür aber wieder erweitertes Physix. Oh, nee, schon wieder von mir. Egal, diesmal mach ich's besser. So, jetzt scheiß auf die Flasche. Los geht's. Renn, 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 renn. Gleich kommt diese Einrastfunktion. Wollen Sie die Tantere einraten? Dann drücken Sie jetzt bitte nix. Ja, Alice, wo schlägst du denn hin? Frauen, hör mal. Bei denen muss erstmal der Denkprozess dafür stattfinden. Ich muss jetzt da hinschlagen. Hä? Achso. Ja, 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 ja. Schon klar. Komm mal her, du. Hier, schlag einmal da durch. Seid mir so lieb. Bist ja unser großer lieber Freund. Dankeschön. Boah, Alter. Wie schnell er sich auch dreht. Wie soll man an den reinkommen? Ah! Ah! Hat er den jetzt gekillt? Du Schweinebacke. Zerfetzen wir dich! Weg, weg, weg. Beweg dich! Beweg dich! Deine Mutter. Renn, 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 renn. Scheiß auf die Zähne. Tschüss, renn. Suche die Königin. Ignoriere ihren Schwureindringlinge zu Köpfen. Aber auf allem wird wahr. Schön, dass du so leise bist. Habe ich das nicht richtig eingestellt? Hm? Hm? Tja, da kann man mir wenigstens keinen Vorwurf machen. Das Spiel ist anscheinend einfach leise. Oder ist es genau wie bei der Steuerung? Es lässt sich nicht richtig umstellen. Wurde übrigens gefixt, aber funktioniert bei mir trotzdem nicht. Denn wenn ich den Patch installiere, geht das Spiegel nicht mehr an. Geil, EA. Super gemacht. Ja, das war eigentlich... Achso, das geht. Ja, okay. Jetzt werden wir mal kurz warten. Geht das? Auch? Ah! Tod. Super. Fuck! So. Ah, okay. Ach, ich verstehe. Ja, ja. Hä? Hey! Achso. Vielleicht müssen wir dir den Hasenhut drauflegen. Ja! Genau! Blockt der mich, der kleine Hudi-Hudi. Ich glaube, es hackt hier. Ich glaube, es hackt hier. Okay. Ähm! Nein, das ist nicht Buggy. Das soll so sein. Ja. Geht doch hoch. Jetzt! Bleibt er da an der Kante hängen. Die da an der Kante hängen. Wie gesagt. Frauen. Dass man hier nicht die Krippe runterschmeißen kann. Ärgerlich. Wee! Ich bin lustig. Nicht. Ich bin lustig. Behalte dich. Mach hinne. Seine! Ah! Geht doch. Einfach einmal schreien, dann geht das schon. Nein! Nein! Bleib! Sitz! Platz! Fuß! Scheiße! Ne, geht doch. Die goldene Regel für alles lautet Balance, Alice. Zwischen Licht und Dunkel. Zwischen Krankheit und Gesundheit. Oder sogar zwischen Falsch und Richtig. Ist sogar richtig, was er sagt. Macht endlich mal Sinn! Rätsel? Ziehe den Bauern über das Schachbrett. Der gegnerischen Bauer spielt deine Bewegung. Ja. Löse das Schachpuzzle, indem du beide Bauern gleichzeitig an ihr Ziel bringst. Türme werden sich den Bauern im Weg stellen. Meile die Läufer, sie vernichten die Bauern. Ja, super. Ich kann aber kein Schach! Ja, äh. Hm. Okay, ich. Die Maus ruckelt. Die, äh. Ich muss ihn da, da hinbringen und er wird von wem gesteuert? Äh. Hä? Ja, ich kann nicht nach links oder rechts drücken. Ah doch, mit, äh, A und D muss ich das machen. Ja? Ähm. Ja, wartet mal, ich will jetzt mal schnell was ausprobieren. Ach, geht jetzt nicht, oder? Ja, sie, ah, okay, gut. Er wird dann geblockt, aber sie kann laufen. Alles klar. Wie, das war's schon? Da war immer viel zu easy, also so easy ist es schach ganz sicher nicht. Wie sie auch läuft. Sie läuft nicht wirklich mädchenhaft, sie läuft eher so, ah, oh, oh ja. Ja, ja, ist einfach so. Das einzige Spiel, wo die Frauen nicht so übertrieben laufen, ist Assassin's Creed. Und alle wissen auch warum. Weil eine Frau in die Entwickler, äh, hier unter den Entwicklern ist. Im Gegensatz zu den Modernen von Half-Life. Wenn man mal auf Alex Shang ran, große, breite Schultern und ihren Monströsitäten Arsch guckt. Den übrigens alle Frauen haben. Da könnt ihr mich eigentlich schon drüber aufregen. Aber naja, was soll ich sagen? Ich bin nicht der Modder. Guck mal, Alice, du hast irgendwie so einen Linksdrill, ne? Läuft die ganze Zeit da, ah! Die ganze Zeit da, links. Und ich schreibe wie Mädchen, ah! Oh, Maus, Katze. Katzen, Maus. Halte nach der Königin Ausschau, aber bedenke, sie hat auch ein Auge auf dich. Wirklich! Ich bin ja nicht irgendwie in ihr Schloss eingebrochen, was gar nicht ihr ist. Und wir haben auch nicht schon wieder FPS-Einbrüche. Haben wir auch wirklich nicht, das war ein Ladevorgang. Fight. Und da kommt gleich... Ja, und? Ist mir aber egal, hier kriegst du auch's in den Aul, hier! Stimmt! Klarker-Penn-Penn! Okay, jetzt hat er nicht zu klappen. Ein bisschen... Tee! Da, bischön! Ja, super, Alice. Ein bisschen Schützenkönigin von Ost-Friesland. Okay, Messer war schlecht die Idee. Ah! Da, man muss ihn hinten treffen. Äh, verträgt aber ganz schön viel, der Kollege. Ähm, okay, jetzt hier einmal zack. So, da kommen mir noch ein paar Normalos. Ähm! Ja, was war das denn? Ich glaube, meine eigene Zähkugel... Äh! Äh! Ja, schlag doch! Nein! Ach, jetzt ist er schon gut, okay. Pam! Boom! Ich hab Pam! Ende! Warum sieht's hier eigentlich so göttlich aus? Hör mal, Bedienstete? Schon mal was von gehört? Nein, haben wir nicht. Was ist das? Kann man das essen? Oder Bedienstete? Was labere ich eigentlich? Man kann sich auch selbst in der Haushalt kümmern. Das kleine Schlösslein kann doch wohl nicht so schwer sein. Mit seinen unheimlich verschiedenen Plattformen. Aber hey, bleibt man sportlich. Ein Mutergast bleibt nicht so zu lang. Ein Mutergast bleibt gleich so aus. Nein, das war's. Nein, gar... Ich kann nichts verstehen. Vielleicht solltest du mal deinen Lautsprecher überprüfen. Eine Flasche! Und Zähne! Ist ja nicht so, als hätten wir schon genug. Ich würde mich immer wieder darüber aufregen. Ich schwöre es. Aber präzision ist der erste Schritt zur Kontra-Produktion. Eigentlich nicht, aber egal. Die beiden Wörter waren sich jetzt nur halt sehr ähnlich. Deswegen kann ich sie verwendet haben. Und deswegen kriegt ihr jetzt auch aus dem Maul. Ihr sterbt durch meine Backe. Und du auch, du kleine Trollesirn. Und da ist ein doch fliegendes Tier. Muss sterben. Verlag mich nicht, warum ist so. Und du hast mich, du jetzt auch sterben. Da kriegst du voll in die Fresse. Mit Messern. Au. Du oberen Schweinebacke. Ich geh sterben. So. Pum. Pum. Ah. Ja, ist schon irgendwie scheiße, wenn man seine eigene Waffe nicht mehr rausziehen kann. Opfer. Opfer. Ich frag mich eigentlich, hat das Spiel überhaupt eine Skybox? Eine richtige? Soweit ich das sehe, ist ja alles 3D gerendert. Tryon 2 verwendet ja so einen ziemlich krassen Trick. In Wirklichkeit ist die Grafik gar nicht so geil. Also natürlich ist sie geil. Was labere ich da? Aber es ist halt nicht, äh, die sind nahezu gar nichts 3D gerendert. Die verwenden einfach nur eine ziemlich sehr gute Skybox. Also Skybox ist, äh, wie so ein Bild im Hintergrund, das dann, äh, ja, das uns dann sterben lässt. Nein. Also, äh, ja, ach komm, eigentlich, ihr wisst doch bestimmt, was in Skybox ist. Muss man doch jetzt nicht nur erklären. Ich bitte euch. Das ist eine Erinnerung. Oh, will ich da ran? Ja, erstmal zieh ich hier einen Hebel. Vielleicht können wir da nachher nochmal dran. Auch hübscher Hebel, ne? Wer den designt hat. Allgemein wer der Schloss designt hat. So, jetzt machen wir hier eine 300 Meter tiefe Grube. Und hier sind die Flammenwerfer mit integriertem Säbelmesser. Zacken jeden, äh, ungebetenen Gast in Sekundenschnelle. Ja, super, geil. Ja, noch besser. Ah, ich darf nicht so viel reden. Ich muss mich mehr konzentrieren. Ah, cool, jetzt werden wir hier resettet. Das ist ja nett. Ach, das ist nur eine Flasche. Kack. Ich hab mir jetzt eigentlich Bock, mich schon wieder selbst umzubringen. Einfach nur wieder da oben. Das mach ich jetzt auch. Tschüss, ey. Ich flieg doch nicht dahin für eine fucking Flasche. Ich bin keine Alkoholikerin. Schaffen wir nicht. Schaffen wir nicht. Fuck drauf, Alter. Ganz ehrlich. Tschüss.